Moin Leute! Herzlich Willkommen zu einem kleinen weiteren gepflegten Pokemon Go Video. Wir befinden uns gerade direkt vor dem Kölner Dom. Hier gibt es mit Abstand die krassesten Pokemon der Welt. Unter anderem ein weltberühmtes Ratzfratz. Das werden wir jetzt direkt erst mal fangen, weil wie wir alle wissen, sind Ratzfratz auf jeden Fall der ist der krasse. Die sind nicht nur krass, die sind legendär. Das ist der Punkt. Wirklich? Ja. Hast du eigentlich nicht mal, ist das bei dir nicht mehr so interessant? Hey, ich bin hier mit Dominik unterwegs, wir hatten einen schönen gemeinsamen Abend. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, also wenn ich jetzt mal komplett ehrlich sein soll, es ist mir ein bisschen unangenehm, hier mit der Kamera vor so vielen Leuten zu stehen, die sich dann wundern und sich fragen, ey, was macht der Typ denn da? Was will er? Oh, ich hab's gefangen, Alter! Hier vorne sind auch richtig krasse Arenen. Können wir einfach mal reingucken. Hypno, okay. Du kannst die Arena mit dem Dragonier zeigen. Das ist krass, mit 1.800... Die sehen jetzt nicht so super krass aus. Das ist irgendwie so ein bisschen in the distance, also du musst so ein bisschen... Ach, da hinten meinst du? Ja, da ist doch dieses Dragonier gewesen. Du meinst die da ganz hinten? Ja, die, wo ich dir gezeigt hab, wo das äh... Wo der Dragoran nicht Dragonier ist, sondern ein Dragoran ist. Genau, das meine ich. Boah, da 1.834. Das ist schon krass. Junge! Also ich muss ja... Wir können ja ganz kurz mal gucken, wie's bei Pete Dizzle läuft. Ich bin momentan Level 16, also ich hab so ein bisschen gegained. Allerdings muss ich ganz ehrlich zugeben, dass meine Pokémon momentan noch ein bisschen laurig sind. Mein krassestes ist, Tauboga mit 499. Dann kommt Radikal, Alter, mit 490 und Hypno. Da geht mehr. Ich hab allerdings bis dato noch keinen Sternstaub ausgegeben. Das werd ich auch nicht tun. Erst wenn ich die krassen Barbos gefangen hab. Ich bin ja, äh... Ich bin da noch so einige Level unter Paluten. Und... Trotz allem hab ich stärkere Pokémon jetzt. Ja, weil... Ja, weil du deine Pokémon gedopt hast. Ich hab sie nicht nur gedopt. Du hast die Anabolika gegeben. Das kann man jetzt so oder so sehen. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur an den entlegensten Orten entlang gelaufen und hab da... Weißt du, irgendwie stärkere näherte Pokémon gefunden. Na, aber was gibt's denn hier in der Nähe? Die hab ich aber alle schon. Vorher hatten wir einen Pinsi in der Nähe. Das war ganz cool. Aber jetzt ist irgendwie wieder alles weg. Die haben wir dann vertrieben. Ne, es ist ja sowieso momentan so, dass das hier mit den Steps sowieso backt. Das find ich ist ein bisschen schade. Bisschen traurig. Aber kann man nichts machen. Wir werden jetzt auf jeden Fall gleich weiter gucken, wo uns der Pokémon Go Tag noch hinbringt. Wir haben es momentan 19.55 Uhr. Also, sonderlich viel Zeit, bis es dunkel wird, haben wir nicht mehr. Ja. So, Leute. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zu so einer Pokémon-Nachtwanderung. Klingt verrückt. Ist aber so. Das Problem ist nur, das Ganze fängt um 20 Uhr an. Wir sind ein bisschen spät. Wir müssen noch knapp anderthalb Kilometer latschen. Wir müssen uns bei 1 Kilo. Wir sind viel zu spät. Ja, ja. Eine Nachtwanderung, Alter. Du hast doch kein Problem mit der Füße. Oder? Ich hab kein Problem mit der Füße. Nein. Na, das mein ich doch. Wir sind anderthalb Kilometer. Ja, aber wir sind ein bisschen zu spät. Die anderthalb Kilometer. Wir sind vier Minuten jetzt schon zu spät. Deshalb müssen wir uns spucken. Ach, ach, ach. Da kriegen wir hoffentlich noch hin. Hör mal. Gott schuf die Zeit. Von Eile. Hat er nichts. Hier ist übrigens der Kölner Hauptbahnhof. Falls ihr den noch niemals gesehen habt. Guck mal. Hier mitten im Kölner Hauptbahnhof. Ist auch Taubos. Hier ist ein Sichlor. Junge. Das ist auch krass. Sichlor zerstört Leben. Sichlor soll man ja anscheinend primär im Waldgebiet finden. Also das kriegst du in der Stadt. Sollst du das gar nicht kriegen. Sondern du musst von so ein bisschen... Ja, da fahr ich mal mit dem Fahrrad. Das können wir auch auf jeden Fall machen. Wir wollen ja sowieso noch zum Flughafen. Dort gucken, was es da für geile Pokémon gibt. Vielleicht gibt's da ja Sichlor. Sichlor kann doch auch fliegen oder nicht? Der ist doch eigentlich auch so ein halbes Flug-Pokémon. Das ist ein Käfer-Pokémon. Aber nicht jeder Käfer kann fliegen. Nein, natürlich nicht. Ich bitte nicht, Kiddos. Ich bitte nicht, Kiddos. Aber die hochentwickelten Käfer-Pokémon, so wie Svetboe zum Beispiel, die können fliegen. Und Bibo kann ja auch fliegen. Die haben alle Flügel. Das ist so... Das ist eine Gemeinsamkeit. Perfekt. Euren auch schönen Tag. So Leute, jetzt sind wir direkt kurz aufgehalten worden. Aber kein Problem. Ich mache ja gerne Fotos. Aber... Ich glaub, hier geht's längst. Alter, gucken wir noch. Kiddos, wir könnten doch auch hier zu Bodyguard the Musical, alter. Ja. Krass. Ja. Das ist doch auch ein Film mit Kevin Costner und Hubi Goldberg. Das ist ein Musical. Ne, es ist aber auch ein Film. Kiddos, wir sind völlig falsch. Wir müssen hier irgendwo runter. Ach, hier. Weißt du, die verlassen wir hier auf deine Navigation. Junge, ich will ein Taxi hier stehen. Wir müssen uns beeilen. Aber hier gibt's auch keine Pokémon. Was? Pummelow. Irgendwo ist hier ein Pummelow. Ja, das habe ich auch. Ich nicht. Du hast auch keinen Pummelow. Nein, Mann. Okay. Okay. Pokémon, komm, Schnapsidiel. Okay, Leute, ich kann's sagen. Ich habe mir ein neues Auto gekauft. Komm, Kiddos, ich mach kurz auf. Pup, pup, pup. Mach kurz auf. Oh, Alter. Sag mal, nur so eine kurze Zwischenfrage. Das ist aber nicht zufällig auf irgendwie so einem mysteriösen Hinterhof und du bist der Einzige, der da irgendwie eingeladen wurde. Nur um das mal abzusichern. Doch, doch. Mich hat so ein komischer Typ gefragt, als ich nachts durch Köln gelaufen bin. Oh Gott. Ich habe gerade Ratzfratz völlig verworfen. Junge. Noch ein legendäres Ratzfratz. Es ist hier auch irgendwie so ein Festival. Also nicht Festival, aber da vorne, als ich heute Morgen joggen war, waren ganz viele Stände da unten an der Rhein-Promenade. Ich weiß nicht, was da los ist. Da müssen wir immer so auf die Kirmes gehen. Alter, geil. Jetzt siehst du mir so einen riesigen Stoff-Teddy. Einen Stoff-Pikachu. Ja. Oh, Leute. Hier gibt's dir einen leckeren Kram. Gibt's dir einen Pikachu? Nee. Das ist aber Tigger. Aber ich möchte jetzt nicht hingehen, weil ich keine Zeit habe. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Das ist noch kurz Batman. Gibt's leckere Pizza. Ja, mehr, 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 mehr. Alter. Halley Mouth. Regen ab und direkt quatscheln mit der Muggel. Das ist schon so ein Beauty-Shot. Guck mal, da müssen wir hin. Da kriegen wir hin, Leute. Neun Minuten. So, Leute. Wir haben's tatsächlich noch rechtzeitig geschafft. Ich muss jetzt hier ganz kurz noch mal ein Evoli fangen. Mit meiner linken Klebe. Übrigens da vorne auf der rechten Seite. Ich weiß gar nicht, von euch aus gesehen, glaube ich links, seht ihr das mega krasse Pokémon-Treffen. Oh. Aber es ist ein Treffen. Es ist auf jeden Fall ein Treffen. Es ist ein Treffen. Aber es haben 1.300 Leute zugesagt. Ja. Wo sind diese 1.300 Leute? Ich weiß nicht, vielleicht hättest du das auf Twitter posten sollen. Können wir ja noch machen. Vielleicht sollten wir jetzt einfach auf Twitter posten und einfach mal gucken, was passiert. Hey, Leute. Oder auf Instagram. Da ist das die... Da kommen vielleicht noch ein paar mehr Leute. Auf Snapchat. Auf Snapchat. Guck mal hier. Pokémon. Schenk mal einmal rum. Einmal weg. Köln-Düsseldorf. Das wollten wir eigentlich auch machen. Wir haben doch heute drüber geredet. Das wäre auch eine Sache, Alter. Pokémon auf dem Schiff. Pokémon Go auf dem Boot. Das wäre echt eine richtig geile Sache. Da kannst du chillen und fängst die ganze Zeit... Da gibt es ja auch Getränke und sowas. Das ist eigentlich die optimale Idee. Das machen wir. Nachdem wir zum Flughafen gefahren sind, um Pokémon zu fangen. Und das sieht auch nicht so aus, als fährt das Ding so schnell... Weil man soll ja, glaube ich, nicht über 20 Kilometer oder sowas. Wenn du ja im Auto sitzt oder sowas, dann ist das nicht zu schnell, um irgendwie Pokestops oder sowas mitzunehmen, ne? Kidos, es war nur ein 2 Kilometer Ei. Das ist tragisch. Aber ich glaube, das Ding... Du bist voll in deinem Element, oder? Ich bin voll dabei. Oh, da hinten lachst schon wieder Gronkh. Junge. Habe ich im Kidos... Genau. Leute, ihr könnt gerne mal bei Kidos vorbeischauen. Der hat heute auch einen klitzkleinen Pokémon-Vlog gemacht. Also war ganz geil. Ich war auch am Stizzle. Kleinstein habe ich übrigens... Das habe ich noch gar nicht gezeigt. Ich habe ein Kleinstein gefunden. Vorhin in einem Ei. Das ist ein Ei. Wo hast du das gefunden? Waren wir da gemeinsam unterwegs? In dem Ei. Ach so. In dem 2 Kilometer Ei habe ich das gefunden. Und du hättest das nicht abbiegt. Ey, ey, Kidos. Die Leute sind ohne uns gegangen. Die... Die Nachtwanderung... Die Nachtwanderung für eine Wohnungsstadt. Die Leute sind einfach ohne uns gegangen. Das ist wie damals im Kindergarten. Als die Nachtwanderung stattfand. Und wir auch einfach zurückgelassen wurden. Das stimmt. Erinnerst du dich? Als sie uns totgeschlagen haben. Ja. Ja. Ähm. Schade. Schade. Wir sind... Wir sind scheinbar nicht cool genug. Das macht mich echt ein bisschen... Hörst du das? Ich höre das auch, ja. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera... Junge, da hinten geht richtig die Party. Und wir sind hier einfach ganz... Die Nachtwanderung ist einfach ohne uns gegangen. Weils. Ja. Los geht's einfach mit einem Schadenfilm... Die Nachtwanderung ist einfach, weil wir sind,